Jo! Ich komm noch nicht hoch! Ich komm noch nicht hoch! Geil! Das geht nicht! Ich komm noch nicht hoch! Oh, ich raus glaube ich zu viel. Ne, dass mein Atem so kalt ist. Scheiße, Alter! Das geht gar nicht! Guck mal! Für alle, die es nicht wissen, wir sind hier in Gronau, in Westfalen. Das ist die Dinkel, das ist seine kleine Brücke auf dem ehemaligen Lagergelände. Er versucht hier nämlich hochzukommen. Und es ist schweineglatt. Oh ne! Achtung, weißt du wie es am allerschnellsten geht? Alter, nein! Hier, guck mal, du gehst einfach hier so hoch. Hier so fest nämlich. So, zack zack und ich bin oben. Weil in der Sonne guckt es euch mal von oben an. Ich lach mich tot! Alter, das geht gar nicht! Und ich rauche nicht! Das krasse ist, ich hab die ganze Zeit Qualen vor der Linse hier. Das ist aber mein Atem. Jawoll! Jawoll! ...